Sie besitzen dieses Ort für unsere Keeper. Schau. Ich kann es nicht riskieren, dass sie uns oben aufzuhören. Entschuldigung. Weil sie denken wir cannon fodder. Oh. Oh. Shit. Nichts kaputt machen Leute. Fire those! One of my favorite places to find. The CIC of a warship? Right there. Above the guards and below the electronic shop. In that teak shop, as I recall. Not only if they're classic. One of my favorite places to find. E.D., this is the real Shepard. I need you to lock down the Normandy. Can you help us out? E.D.? Do you copy? Sie ist weg. Sie müssen sie verabschiedet haben. Lass uns in die Cargo Bay gehen. Die Kredits sind im flexiblen Konto verfallen am Jahresende. Geschäftsjahr, nicht Kalenderjahr. Und noch was. Da WSS Bell nicht mehr dienstfähig ist, sammeln wir gerade für eine Du hast dir den Fuß weggeschossen Karte, damit wir Susan mit einem Lächeln in den Ruhestand schicken können. Warte, eine Tasse? Moment, liegen hier noch mehr Goodies rum? Zur Brücke kommen wir wohl gerade nicht. 15.000 Kredits. Eine richtige Beziehung, denn ein Krieg ist nicht unappropriat. Oh, das ist nicht okay. Also, will jemand über ihre Geschichte sprechen? Kiela, nicht sogar ein bisschen. Also, ich bin der einzige, der missbraucht, wenn wir in den Elevator reden, zurück auf der Citadel. Ja, weil du schuldig bist. Ich bin so verabschiedet. Ich bin so verabschiedet. Was mich wiederholt. Du willst dispar Halfbeinen vers syfen von meinem Helm? Es ist nicht dein Helm. Es wird. Es war. Ich habe jetzt dein Name, dein Specht, der Tag, sogar dein Fingerprünter. Und dann bist du Pragmatled, um mich zu sterben. Nur ich habe nicht. Könnend du스�ol Arten zu machen, sagt mir Strategias zu neišButton? Klon besiegen. Boah, der Klon hat auch Medi-Gel. Und die selben Fähigkeiten wie wir. Boah, der Klon hat auch Medi-Gel. Boah. Boah, der Klon hat auch Medi-Gel. Boah, der Klon hat auch Medi-Gel. Batsch. Batsch. Boah, der Klon hat. Batsch. Batsch. Das kann ich auch. Wow. Hey Leute, ich komme mal zu euch rüber. Seitenwechsel. Okay. You have minions and you're running out. Okay. 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 hinderspiegel und iirl, das ist unfair. Boah, der richtet auch iiGloom. So'n Scheiß an. Oh, hast du recht Garis. Can Iathe schon längst erledigt. Aber der hat auch ein paar Tricks auf Lager. Boah, der wackelt. Oh, hier ist Feuer. Ist nicht so gut. Oh, hier ist Feuer. Look at you. What makes you so damn special? Why you and not me? Hang on! We've got you! Thanks. What about him? Here, take my hand. And then? And then you live. For what? Fortunately, they weren't here long enough to do much real damage. Although I may need some help from James cleaning up the damage to the shuttle bay. Plus they overloaded the heat diffusion system firing at us. Not sure if you noticed, but shuttle guy here did some crazy stunts flying to keep us in one piece. That's nice to fly something a little more maneuverable than the Kodiak. What about Edie? Is she back online? I am once again fully in control of the Normandy. Glad to hear it. What about the mercs? Any survivors? Just one crappy-ass pilot and her. Alliance has taken her to a high-security facility. Maybe she can give them some dirt on Cerberus. I'll be more than happy to cooperate with the authorities. Maya, I know that voice. Do you really? You're getting a chance to redeem yourself. Don't waste it. So serious. Admit it. Some part of you liked having me around. Looking up to the legend? We had some laughs. And who knows? Maybe we'll have more somebody. No, we won't. Because you're gonna stay in your cell and do your time. Afraid I'll escape. Come back for revenge. Is the great Commander Shepard pleading for his life? I'm pleading for yours. So thoughtful. Then I suppose I'm off to lock-up. You know, he wouldn't have let me live. You can't clone everything. I'm sorry we didn't shoot her. The rest of the squad's waiting outside. We'll have the Normandy back in shape in no time. Appreciate it. Worst shore leave ever. Ha. Come on. Maybe we can take some actual time off. No explosions or anything. Just us. I'll believe it when I see you. But it's worth a shoot. So after a hard day spent fighting an evil clone, you know what comes next. A nap? Please. We party down. Well, I gotta get going. Things to settle up before I head back to Tuchanka. Always fires to put out when you're in charge, right? Let me know if you want to hang out or if you're having that party. See ya. Party, huh? Well, no pressure. No one's gonna make you throw a party. All right. Good idea. Let's set it up. I've channeled discretionary funds into your account for the purchase of any celebratory supplies, Commander. Okay, Edie and Cortez and Trainer are in. What? I have also informed Dr. Tassoni about any potential upcoming celebrations. Wait, wait. I'm in charge of the guest list. Yeah, so there's no uninvite button on this thing? All right. But when it's time, I invite the rest. Cortez just invited James. So... Fine. I'm gonna go out and see how much trouble I can get into without snapping a femur. Members of your crew have expressed interest in spending time with you, Commander. You can check your private terminal for messages. If you require activities, Silver Sun Strip has an arcade in addition to the casino. You have also been granted a complimentary pass to the combat simulator. Thanks, Cliff. I guess I should take advantage of some shore leave myself. Okay. Allerdings. Vorräte für die Partiker. Okay, gucken wir mal. Logbuch. Citadel Party. Um den Landurlaub gebühren zu feiern, haben Crewmitglieder angeregt, eine Party zu veranstalten. Beschaffen Sie alles Erforderliche und laden Sie Gäste ein. Okay, wir speichern. Was sagt der Katalog? Haben wir da was Neues? Standard. Privates Terminal. Mhm. Von Ihren Freunden bei der Armex Arsenal Arena. Von Team der Armex Arsenal Arena. Sehr geehrter Commander Shepard. Wir hier bei Armex Arsenal sind große Fans von Ihnen und wir können Ihnen gar nichts sagen, wie sehr wir Ihren Einsatz im Kampf gegen die Reaper schätzen. Um die Sache hier auf der Citadel noch mehr ins Bewusstsein zu bringen und zudem die Moral zu heben, haben wir vor kurzem den holographischen Feinden in unserem Simulator neue Skins gegeben, sodass sie jetzt aussehen wie Cerberus Truppen. Erst zum Zufügen von Gap-Feinden nach ihrem Angriff auf die Citadel vor ein paar Jahren hat das Zuschauerinteresse damals deutlich erhöht und wir haben auch schon Reaper-Streitkräfte. Uns ist durchaus bewusst, wie beschäftigt Sie sind, aber falls Sie sich bei einem Landurlaub mal ein bisschen austoben und unseren Zuschauern zeigen wollen, wozu das echte Militär fähig ist, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie mal bei uns mitmachen. Ein kostenfreier Pass liegt jederzeit für Sie bereit. Nochmals vielen Dank, Ihre Freunde bei Armex Arsenal. Ihre Unterstützung von Javik Commander. Ich habe ein interessantes Angebot erhalten, das ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Treffen Sie mich vor dem Casino am hinteren Ende dieses sogenannten Silver Sunstrip, der mit Silber oder Sonnen nicht das Geringste zu tun hat. Primitive sind doof. Drinks von Garris. Shepard, falls es Ihre Zeit erlaubt, sollten wir uns die Bars hier mal ansehen. Treffen wir uns doch im Silver Coast Casino Oberstockwerk. Hoffentlich gibt es diesmal keine toten Waffenhändler. Mittagessen? Von Com-Spezialistin Samantha Traynor. Commander, wie wäre es mit einem gemeinsamen Mittagessen im Vergnügungsbereich der Citadel? Hoffentlich sieht man sich dort. Muss Ihnen was zeigen. Von James Vega. Hey, wenn Sie das nächste Mal in Ihrem tollen neuen Apartment-Seid totschlagen wollen, sagen Sie Bescheid. Es gibt da etwas, das ich Ihnen gerne zeigen würde. Neue Bude? Von Miranda Lawson. Shepard, ich würde es wirklich gerne sehen. Schlimmer als die mickrige Kapitätskabine auf der Normandy kann es auch nicht sein. Laden Sie mich doch mal ein. Ich bin in der Gegend. Einweihungsparty. Von Talizora. Shepard, wenn wir das nächste Mal auf der Citadel sind, würde ich gerne vorbeikommen. Es eilt nicht, aber es ist schön, dort einen Ort zu haben, den man ein Zuhause nennen kann. Omega. Von Bray. Thema Omega. Die Dinger auf Omega beruhigen sich. Es sieht aus, als wären die Talents die neuen Sicherheitskräfte auf der Station. Ihr Anführer sagte irgendwas darüber, Kandras Andenken zu ehren. Ich würde ja sagen, Sie sind ganz nett, abgesehen davon, dass Sie kein Problem damit haben, Ihrem Standpunkt mit ein wenig Feuerkraftnachdruck zu verleihen. Seien Sie da draußen vorsichtig. Es gibt Ihnen mindestens einen Batarianer, der nicht will, dass Sie sterben. Bray. Cool. So, wir speichern nochmal. Wir sollen Party Supplies holen. Aber wir schauen uns nochmal kurz um. Was oben so Sache ist. Mucke. Ah gut, dann gehen wir mal. Äh, Party Sachen, Party Zubehör kaufen. Glyph? Commander, wenn du die Party anfangen möchtest, solltest du die Züge auf der Strip erst kaufen. Jo. I have already placed credits in your account for this purpose. No hassle. Karte. Silver Sunstrip. Javik ist in 3, Said und Spezialistentrainer sind in 6, in 8 in der Bar sind Vorräte für die Party kaufen und Gareth, okay. Gehen wir mal zu 3, oder? Zu Javik. Was ist hier? Wir sind glücklich, dass wir alle deine Hausaufgaben benötigen. Toilettentisch, einfaches Bettzeug, moderne Küche, einladende Küche, bequemes Sofa, schicke Sofa. Einfacher Lehnstuhl, elegante Ottomane, leichter Couchtisch. Das geschrote Salm, eine weiße Arbeitsplatte, bringt Farbe und Leben in die Küche. Zeichne Salm mit grauen Arbeitsplatten aus Marmor und schafft ein warmes Einlandesambiente. Hm. Bei anderer Zeiten, wa? Drei. Können wir mehr Elko Shakespeare von dir erwarten? Ich bin wirklich, ich mache jetzt eine Produktion von Macbeth mit einem neuen Krogan Talent als die Lieder. Er bringt uns die Flöge, Javik. 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 Ich habe mich gefragt, wie ein Flöge in einem Flöge. Ich bin gesagt, dass es eine große Ehre und das Wohlverdichter wird, um die Wurzeln zu erzeugen. Wer sagt es will? An... Action! Commander Shepard, thank you for coming. The urgent hour of doom, which we all urgently face draws near. Urgently so. But there is hope. The Council understands you recently found a Prothean in a refrigerator and defrosted him. Yeah. He was in the freezer, right behind the Varan roast. Agh! You die now! Not yet. That line comes later. The Vorcha Counselor will kindly refrain from further interruptions. I believe I have been misinformed about the purpose of this vid. Now then, oh wise Prothean Elder, what wisdom of the ages can you share with us? Solarean Kidney is best served at room temperature. It is even better when the Solarean is still alive. The fear adds spice. Prothean no like you! Did someone say Prothean? This one is familiar with enkindling. This one has enkindled multiple females across the galaxy. Blasto! About time you showed up! The galaxy is under attack by Reapers! If only someone had warned us about them years ago! This one cried. This one was ignored. This one's efforts fell on obstructed auditors. Uh, actually that was me. Soverean. Saren. You might have heard of him? Yes, and Blasto here destroyed half the citadel putting them down. But even he's just one Hanar. And now we've asked Commander Shepard and his Prothean partner here to assist. This one did not read that far into the script. This one does not share top billing. Wait, what? But it's Blasto-7, Blasto goes to war? Think of the children. In my cycle, your kind were nothing more than appetizers. Would you prefer to be boiled or fried? Prothean no like you! This one has found his motivation. Very well. Commander Shepard and Prothean partner of undetermined ethnic origin. Welcome to the Spectre Club. I've been in the club for three years now. Correct. But you are not an Ultraspector Elite 4000 Deluxe. This one is a 7000. This one has less recoil and faster load time. Where is the airlock so I may throw you out of it? We don't have a prop for that. Cue the sound effects! Change the backdrop! Cue the stunt double! Du bist schreit! Sag du bist schreit! Du wirst jetzt sterben! Oh nein! Der Vorcha-Counselor wurde verabschiedet! Dieser ist die Heroin der Citadel. Dieser hat ein Projekte mit der Councilorin auf es. Dieser ist die Heroin der Citadel. Ich will das. Dieser hat erinnert. 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 Kannst du jetzt gehen, Commander? Du schreit! Der Vorcha-Cast wird eine neue Vorcha. Lass dich für Blasto-8. Blasto kures den Genophage. Der Vorcha-Cast wird eine neue Vor-Cast. Der Vor-Cast 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 wird eine neue Vor-Cast. War doch hier, ne? Ja, Said und Trainer. Der Vor-Cast wird eine neue Vor-Cast. Schlagen sie, um das Aufladen ihres Gegners zu unterbrechen. Vom Gegner geblockte Schläge verhängen ihre Punktzahl. Mehrere Schläge infolgevorsachen erhöhten Schaden. Wenn sie den High-Score schlagen, erhalten sie einen Preis. Zwei hat erinnert. Lassen sie ihn aufgeschlagen. Und blocken, okay. Und F ist bestimmt wieder zurück, oder wat? Schauen wir mal. Street Fighter, oder wat? Oh shit. Nice punch! Nice punch! You can do better than that! You're doing great! You're doing great! Nice punch! Don't stop now! Nice punch! Nice punch! Watch out! You're doing great! Na, ob ich's noch bis zum Ende schaff? Erstmal wieder reinkommen. Richtig geil. Okay. Nice punch! Nice punch! Don't stop now! Nice punch! Nice punch! You're doing great! You're doing great! Scheiße! Boah!